Wollt, erst sind sie deinen Gewachstuhl gegeben. Kann man am Bambus hochklettern? Wollt, wie schnell wechseln der? Loll! Ist ja insane! So 16 habe ich noch? Loll... 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 So. Hi. Guten Tag. So, Eichenholz. Hab ich genug dabei. Guck dir mal in der Küche das Fenster an. Gleich. Hier sind auch Sticks drum rum. Probier's mal mit Sticks. Okay. Hm? Das Fenster? LOL. Sieht ganz anders aus. Mhm. Besser oder schlechter? Das bleibt dem Betrachter überlassen. Zucchini! Ich esse mal mehr Zucchinis. Bist du grad im Keller? Da läuft etwas. Ah ne, ich bin rausgegangen. Kann ich den Keller jetzt weiterbauen? Ja. Kann ich die Blätter hier wegbauen? Die Büsche? Lass sie mal kurz wachsen. Ich würde ganz ehren, ob die viel bringen. Gooseberry. Was ist denn Gooseberry? Gooseberry? Hört sich an wie Gänse. Hier mal hin. Wenn ich jetzt hier so ein Ding mache. Und ich hau jetzt einfach mal... Das rein. Ach, dann kann ich den so bearbeiten. Okay. Ist ja interessant. Aber ich kann den Jizzle-Block jetzt hier, wenn ich den hier so platziere. Hm. Was ist dann das hier? Okay. Muss ich auch mal ausprobieren. Schizzle-Hammer. War das so? Den Hammer habe ich schon gemacht hier. Nichts oben. Ich brauche selber einen. Ich brauche selber einen. So. Na wenn du meinst. Was kann ich denn mit dem Hammer machen? In der ganz hohersten Trubel rechts oben habe ich auch noch... Ach, mit dem Hammer kann ich die so halb machen und so weiter. Ich weiß. Lol. Wollen wir dann das Haus hier aus Chizzle bauen? Nee. Wenn dann das Dach, oder? Hm. Ja. Na dann. Fros Klotzen. Ich habe den Boot noch aus Schlepski gemacht, ne? Hier einfach mal ne Wand hochziehen, habe ich gehört. Oh, hi. Hi. Äh. Passt die Höhe, wenn ich jetzt hier die Decke durchziehe? Ja. Nicht, 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 nicht. Noch nicht. Mit Slaps. Ach so. Das habe ich ja gesagt. Nein. Ich höre dir nicht zu. Äh. Wo ist jetzt eigentlich die Reparaturstation, wo ich meine Axt reparieren könnte? Hier vorne. Äh. Ja, der rechte Tisch. Ah. Kann ich die Axt reinziehen? Und dann? Eisen dazu, oder ist es neutral? Und dann funktioniert es normalerweise. Äh. Oder auch nicht. Äh. Kann mir voll crazy Lichter machen damit. Ich höre es. Und dann kann ich jetzt nicht mehr. Wie ne? Aber ich kann es nicht mehr. Weil ich hier so genau wehawa- Ich zeige weiß. Ich hab da jetztばいieme noch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr als Teile nach. Ich hab noch alle. Schmiede haben wir noch nicht. Okay, also ich werde meine Exe jetzt auf herkömmliche Weise verbrauchen. Okay. Wie tun wir jetzt? Und zwar so. Ist zwar ein bisschen eisenlastig, aber was soll's. Wir müssen noch eine Schmiede unten bauen. Das heißt, wir machen jetzt im ersten Untergeschoss erst nochmal eine Plantage oder was? Lager werde ich dann machen. Lager. Und wo kommen dann die Büsche hin? Ganz unten. Also Lager, Tiere, Schmiede und Büsche. Lager, Schmiede, Tiere, Büsche. Oder? Ach, mir ist so das Wurst. Das ist doch mir auch schon voll egal. Wo war ich jetzt? Hier. Ach, es wird Tag. Ess ich erstmal das hier. Schmeckt nach Schweiß. So. So, dann mache ich jetzt mal kurz. Achso, kommt dann auch ein anderes Fenster rein? Ja. Ich hab mal eine Frage. Wie hast du denn das Fenster da gemacht? Du brauchst dir einen Schüssel dafür, aber es gibt einen anderen Schüssel. Und den öffnest du quasi wie so ein Menü. Wie so ein Rucksack. Hast du noch Glas dabei? Hast du noch Glas dabei? Ja, 30. Kann ich mal kurz zwei haben zum Testen? Nee, du brauchst einen Schüssel dafür, nicht den Carpenter. Einen normalen. Kannst du auch mit Torches ausprobieren. Kannst du dann auch anders gestalten. Okay, und wie heißt dieser Schüssel? Nur Schüssel. Aber der ist halt nicht von Carpenter. Wie schreib man das nochmal? Schüssel. J-I. C-H-I-S-E-L. C-H-I-S-E-L. Verdammt. Ich hab kein Glas mehr. Bone Schüssel? Nee. Nein. Wooden? Carpenters? Das ist der Carpenter. Den hab ich ja. Wooden Schüssel. Shiny Schüssel. Was gibt's denn da alles? Und wie heißt der, den du hast? Wooden Schüssel. Nein. Ich hab kein Zahn mehr. Ach, cool. Guten Tag. Ähm. Kommt denn das jetzt hin? Das kann weg. Jetzt hab ich zwei Larven rausbekommen. Lol. Wie das denn? Weil ich es kann. Cheater. Okay. Ich mach mal hier am Haus weiter. Ähm. Im Outward. Jetzt machen wir mal ein paar. Halbe. Äh. Tschüss, Gras. Ach, ich muss immer zum Klopfen-Täbel hier runter rennen. Ist so ein bisschen umständlich. Ähm. Ich hab zwar eine Idee, aber ich bin faul. Was heißt denn davon? Gleich. Hm, wo bist du? Komisches Fenster. Es ist, äh, Iron Bass. Ist sie mir hier im Gefängnis? Ja. Was ist das denn? Table Upgrade. Aha. So, was kommt denn in den ersten Stock? Schlafzimmer oder was? Ein fettes Schlafzimmer. Also da kommt dann... Oh, das sieht aber dann kacke aus hier, ne? Schau mal hier das Fenster an. Oder? Hättest du hier so durchziehen? Ich kann es schon lassen. Okay. Jetzt hab ich noch eine Larve übrig. Johann Larve ist das. Steht es dran? Johann. Ich kann mir so... Was sehen? Was denn? Wo ist Johann Larve? Ich kann links unten. What the fuck? Das ist Johann Larve. Johann Larve vielleicht. Lassen. Lass mich. Du ekelst mich an. So. Kannst du hier für die Innenbeleuchtung sorgen? Damit wir überall, wenn wir kochen gehen, Licht haben. Genau, Decken... Ich hab nämlich Angst, dass... Kann man hier eine Deckenlampe ranmachen? Gibt's doch sowas wie... Es gibt doch bestimmt sowas wie ein Kronleuchter. Müsst du eigentlich hier im Eingangsbereich hinmachen. Gibt es bestimmt. Was heißt ein Kronleuchter auf Englisch? Fuck. Wie heißt denn nochmal dieser Schwert-Stand-Dingsen? Was für ein Ding? Ich hoffe, man die Schwerter reinbauen kann. Schwert-Pedestal. Ah, mit Wolle. Gut, Wolle haben wir nicht. Alles klar. So, gleich ist hier oben Schicht im Schacht. Fuck. Mir fehlen noch zwei Blöcke. Kronleuchter. Sehr gut. Steht überhaupt nicht mit sich. Willst du die Dinge hier nicht mehr an die Wand hinstellen? Hier so? Was soll ich denn machen? Äh, ich baue hier. Also man kommt hier hoch. Und dann... Wir gehen hier gegen eine Wand. Das ist natürlich sehr unvorteilhaft hier. Fuck. Hm. Wo ist mein Dirt da? Haben wir denn schon Kron? Wir können nämlich mal Skron ein Aufstieg im Boot machen. Wüsste ich jetzt nichts von. So, ich bin gerade leicht überfordert. Was ich hier jetzt als nächstes machen sollte. Ah. Ich könnte... Frisches Zeug vom Feld holen. Schon wieder. Lass mich doch. Was bringt eigentlich der Kompost hier? Damit kann man quasi Dirt mit verbinden. Dann wächst das Zeug schneller. Darum möchte ich ein bisschen warten. Dann müssen wir ein bisschen explodieren. Dass wir mehr von diesem, ähm, Kompost Dirt haben. Dass es schneller wächst. Also das sind echt Blöcke, oder? Ja, aber man kann es zu Blöcken machen. Achso, okay. Jetzt im Rohstoffstand ist es wie Bodenmühlen. Nur ein bisschen schlechter von der Wirkung her. Lol. Musik. Der ist irgendwie so. All right. Und was das ist glaube ich. Ich mache es. Und was ich hab, äh, beinigt, dass es. Und was ich immer. Das ist wie. Man muss sich, äh, beinigt. Und wie, äh, beinigt. Oh, Mann, was du? Und wie, äh, beinigt. Und wie, äh, beinigt. Und wie, äh, beinigt. Und wie, äh, beinigt. So. Machst du oben weiter? Oder wo bist du? Ich bin aufm Feld. Alter, ich bin aufm Feld. Ich bin auf dem Feld. Ich bin auf dem Feld. 20 verschiedene Sachen. Ich hab meine Schaufel jetzt kaputt. Ich glaub schon, dass wir schon Korn haben. Sieht's mir so aus. Ja, ne ist richtig. Ah, ok. Stimmt ja vor, das gibt's doch nicht. So. Ah, entspannend. Wir sollten auch mehr Sojabohnen anpflanzen. Ja, dann soll man ein ganzes Sojafeld machen. Also Weizen ist glaub ich ganz wichtig und Sojabohnen. Das Sojamilch. Ich presse erstmal frischen Honig. Ich presse erstmal frischen Honig. Weizen. Wegen was? So viel Eisen wie wir jetzt haben. Ähhhhhhhhh. Ein bisschen. Und ich hab noch 24 Roheisen im Inventar. So. Ja, ich war ja... Hallo, ich war eine ganze 4 Stunden Aufnahme. Ist ja schon fast da unten. So. Erstmal wieder hier Essen einsortieren. Ich weiß nämlich nicht, wo's hinkommt. Ich drück einfach nur Shift und Links-Klick. So. Ganz viele Sachen machen. Ja. Mhm. Wie heißt Synchronleuchte? Synchronleuchte. Synchronleuchte. Genau. Jo, unsere Essensvorräte sind ziemlich gut. Ich nehme mal das da, das da und das da nochmal raus. Und das hier unten rein. So. Ich glaube, das hier, dieses, dieses Mini-Regal, was du da gebaut hast, das wird nicht reichen. Ne, ne, sollst du auch nicht. Diese, vier kleinen Mini-Regale. Vor allem, warum so weit weg voneinander? Weil. Mehl. Wieso hast du nicht, wieso hast du nicht hier die, die ganze Mitte? Was kann man hier auf dem, auf dem Hackbrett machen? Was kann man hier auf dem Cutting Board alles machen? Salat. Ah. Das heißt, ich brauche eine Plate, einen Apfel, eine Melone und eine Berry. Und dann kann ich mir einen geilen Fruitsalat machen. Wie viel gibt denn der? Steht gar nicht dran. Äpfel haben wir genug. Warte. Bowls haben wir auch genug. Da gönne ich mir mal kurz ein paar. So. Möchtest du auch einen Fruitsalat? Ne, Melone haben wir nicht so viel, oder? Veggie. Potato Salat. Eiersalat. Geil. Boah, krieg ich richtig Hunger? Okay. Kann man da nicht machen, wenn man gucken möchte. Was kostet der? Was kostet der? Ich weiß nicht, wie das geht. Deco Craft. Ja, Deco Craft wird irgendwie nicht angezeigt. Du musst... Nur ne doofe Frage. Haben wir Melone? Ja, haben wir noch. Ähm... Haben wir Seeds dafür? Ja, hab's angepflanzt. Ach so. Weil ich... Ja, weil ich hab hier grad nochmal aus einem Melonenstück hier nochmal Seeds gemacht. Oh nein, es regnet. Ah, so laut. Natürlich hab ich jetzt keine Ho dabei. Ho, ho, ho. Bist du oben? Na, ich bin am Feld draußen. Was hast du denn hier angepflanzt? Was hast du denn hier angepflanzt? Ach so, das ist ein Wasserbecken. Okay. Ähm... Ist grad nur dezent laut. So. Spielt das schon ein bisschen laut. So. 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 So.